Cut in der Augenbrauers-Video habe ich tatsächlich schon gesehen, also nicht das Video habe ich gesehen, aber ich habe gesehen, dass es raus ist. Ich habe aber noch extra nicht geschaut, weil ich das mit euch gucken wollte. Gönnen wir mal, ne? Gönnen wir mal. Mal gucken, was hier so abgeht hier. Let's go! Gar nicht so, extra nicht. Weiß ich. Mal ein bisschen Druck machen. Dono Wall, perfekt, danke euch. Auch noch eine Dono Wall, perfekt. Ah, ich bin die ganze Zeit commuted, Digga, mal kennenlernen. Oh, was? Ich sage Dono Wall, die reden nicht mit mir, Digga. Oh, das ist geil. Da geht die Grüße raus an den Vugo. Das sehen wir in 48 Stunden im Video. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Was läuft? Was läuft? Ich habe Tinder Gold gekauft habe 2020 und super boostet. Ich habe einfach bei Tinder immer geboostet, weil sich niemand bei mir gemeldet hat. Ich habe für 5 Euro geboostet und eine Person meldet sich, hey, bist du da zur Mutter? Der Typ sieht halt einfach nicht überdurchschnittlich gut aus. Oder hat vielleicht sogar unvorteilhafte Fotos. Mr. Lover, Lover, Lover. Mann, ich bin horny. Willst du nicht rüberkommen? Ja, you know. Alle sagen immer, ich bin der Sidekick. Aber wenn ich mal Try It's Not Channel übernehme, dann sind alle wegen mir da. Er ist halt der Undercover-Sidekick. Und du bist froh und hängst selten über dem Klo. Boah, wild. Sag dir mal ein weiser Mann. Kann ich auch so bestätigen. Das ist scheiße. Oh, Christiane. Ja. Junge, kann das nochmal bei Max kommen oder so? Dann freut er sich wenigstens mal, wenn er das Spiel zockt, ey. Meine Güte hier. Immer die Männer am Ausrasten bei FIFA bis zum Gehtnimmer, ne? Ei, ei, ei. Ein Tag oder zwei Tage davor war die Beziehung zu einer Freundin damals, die sechsjährige. Mike, schaut. Das knallt mir immer so. Ich, deine Mom. Ah, und? Gute Nacht. Ich kenne den gar nicht. Wer ist denn das? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Digga, der King ist ja auch nochmal mega. Verlosen. Okay, Leute, wir machen eine Verlosung. Wir machen eine Verlosung. Ausrufezeichen, Giveaway. Wir verlosen einen Bann. Für nur einen Zuschauer. Nur einer kann gewinnen. Ich räume den Müll noch kurz weg, dass ihr gleich weitermachen könnt, ne? Wow. Hier habe ich noch Altpapier. Ja, das muss ich in den Altpapier-Container bringen, ne? Das muss ich vom Plastik trennen. Das muss jetzt Altpapier. Warum lachst du da so? Das ist dummer. Das ist eine Psychose, hast du ja, gell? Wenn du später gehst, kannst du den Müll mit runternehmen. So, jetzt mache ich hier so den Grillscreen davor. Und schwupps, ist der komplette Müll verschwunden. Und so kriegt man total Ärger von der Freundin. Das Strobel sieht gut aus, finde ich. Wer hat das denn gesagt? Keiner. Was soll das? Nein, nein, ein anderes Wort für Chef Strobel. Loser. Findet ihr, ich habe eine große Stirn? Damn, Mann! Halbklaze? Seid ihr dumm? Ich habe keinen Haarausfall. Was soll das? Die Geheimratsecken des Todes, wollt ihr mich verarschen? Segal, bin ich Chef Strobel oder was? Alter. Wie sehr Bock ich gerade auf das Obst habe, ne? Wenn ihr mich irgendwo mal sehen solltet, kauft mir bitte Obst. Schenkt mir nichts, aber Obst geht immer fit. Man macht der Laden hier wieder auf. Oh, da ist jemand drin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich kann mir vorstellen, dass das Licht ganz fett macht, bis es steht. Stimmt. Frankenstein beim Friseur. Ja, fang einfach an, Bruder. Alles gut. Sterling, nice. Der ist, glaubt, ganz gut, oder? Kostakwander, Schatz? Alter, was ein Feeling, was ein Mut. Der hat dein Leben, ey. Einfach nebenbei noch die Haare geschnitten bekommen. Boah. Vielleicht sollte ich mal meinen Friseur anrufen, den Termin irgendwie so verlegen, dass sie hier hinkommen und die Extensions hier machen. Cut in die Augen rauen. Was für Cut in die Augen rauen? Der ist mal ein Zwölfjähriger. Butza macht das, ehrlich. Ich bin ein echter Gangster. Du machst einfach einen Strich dann da rein, oder was? Ja, von wie aus kann man ja einfach machen. Vielleicht sehe ich da durch. Äh, nein. Ich weiß jetzt schon, dass das Schatz ist, Digga. Zeig Auge. Der Geist davon. Ich muss mich erstmal befreien von, äh, Arnhem. Ja, ähm. Bei meinem Instagram-Account bin ich nie eigentlich in den, in den DMs. Ich hab einmal reingeschaut, was, was da so geschrieben wird. Ismail schreibt, abgehobener F***er, du H***ensohn. Dann schreibe ich, halt's Maul, du H***ensohn. Seitdem nie wieder was gehört. Und das war's dann auch, ähm, in den Instagram-DMs mit mir. Nein, da geh ich nicht mehr rein. Das ist mein... Damit warst du bei mir die Woche drauf beim Grillen, du H***ensohn. Genau mit dem Ding drauf. Jetzt werd ich aber sauer, Adam. Ich schau ja ohne Scheiß. Mit dem verrotzten, verkeimten Ding bist du die Woche drauf zu mir ins Haus gewackelt. Und ich den hier. Ah, ich zeig, was ich gemacht hab. Was hab ich gemacht? Was war bei mir los? Es ist ne Schande, ist das? Hier. Die letzte Woche, in der wir diese angesammelten, von Monte zugefurzten Mikrofon-Oberteile haben. Trimax schaut grad so, wie so installiert sein Spiel noch, oder was? Grüße an Trimax und seine Community. Hallo, Monte. Jetzt sitze ich hier als Einziger. Ich bin gefühlt der einzige deutsche Crater auf der schwarzen Liste. So ein Sch***. Nächstes Mal überlegen, was man sagt. Nein, ich werde mich EA nicht beugen. Ich sitze hier noch in 10 Jahren und dachte, was das für ein Scam ist. Sch*** auf EA. Leck mich. Drecksche... Entschuldige doch. Einfach Max. Einfach Max, ich schwöre. Also ich soll ein Video hochladen, wo ich sag, es ist doch kein Scam. Aber das mach ich nicht. Das wär einfach nur gelogen. Ich hab 35.000 Euro fürs letzte Spiel ausgeben. Wir sind weg. Monte ist aktive F***er-Ecke. Bin ich hier richtig? Mir ist schon was gezogen. Max, R9. Ich bin noch nicht im Spiel, du Sch***assi. Warum bist du nicht im Spiel? Warum betitzt ihr nur auf der super schwarzen Liste von EA? Bist du noch nicht drin? Ich, Digga, bist du bescheuert? Willkommen zum allerersten FIFA 23 Pack Opening Walkout. Jetzt ist es soweit. Ich hab die Kone. Brasilien. Für nur 9.300 Euro. Holy Sch***. Weil wenn ich nur 1.000 Euro am Tag ausgeben kann, dann bin ich ja hier in einem Monat noch nicht fertig. Wenn Paypal ein Limit hat von 1.000 Euro am Tag, wie hat dann irgendein Teenager 56.000 Euro von dem Paypal-Konto der Mom abgezogen? Seine Tipps bräuchte ich, Alter. Die braucht genau die Paypal-Einstellungen. Max, hast du schon ein Spiel gemacht? Junge. Ein Spiel? Was fragst du, wenn du die Antwort weißt? Warum fragst du es, wenn du die Antwort schreibst? Ich hasse so Leute. Ich ziehe jetzt so Packs bis Januar und dann lösche ich das Spiel. Hopp, 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 hopp. We lost, Alter, we lost. Nein, 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 auf keinen Fall. Ey, Chat, das wäre doch, Digga, das ist bei mir unmöglich. Wir waren für 10.000 Witz nach Sidesown machen. Wo stelle ich das dann ein? Ah, hier, dankeschön. Installieren, konfigurieren. Oh, 5.000 Fieher-Points habe ich noch. Ey, Digi, ich bin nicht für Horror-Games anfällig. Ganz viel Jump-Scares. Was dir aber ja zum Glück ausmacht. Nein, überhaupt nicht. Das ist wirklich heute eine Riesen-Chance. Ihr wisst es, das ist unser Stadion. Nasser, wem gehört das Stadion? Ja, ja, wirklich, ja. Ja. Und noch mal, wem gehört das Stadion? Uns! Ich geh jetzt nicht ab. Flitzer, Flitzer. Oh, shit. Lass uns mal ganz kurz unter die Bedachtung. Ach, leck mich doch am Arsch. Du hast schon Pogba gezogen, ne? Aber der ist nicht mehr in seiner Prime. Ja, genau. Ja, Pogba ist leider, äh, Pogba ist... War das hier so ein Sound? Ne, ne? War das so ein Sound, den gerade einer... Ah! Das ist bodenlos von euch. Wenn man nur Packs öffnen kann, halt deine Fresse, die... Sohn im Chat. Zeigst du, wer du bist? Hab deine Mutter... Wild, 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 wild. Wild, wild, wild.